Bindi! Vera! Du solltest auf und aufpassen. Du hast ihn allein gehen lassen? Matthias, lass Vera in Ruhe. Ich heiße Vera. Ich bin Psychologin, speziell für Trauerbegleitung. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich habe Erinnerungen an meine Kindheit, die ich nicht ganz einordnen kann. Ich erinnere mich an Maisfelder. Leute, die rufen. Sie suchen nach jemandem. Timmy! Das ist dieser Kerl, der zur Therapiegruppe kam. Und er hat Erinnerungen. Dieser Typ da lässt dich glauben, er wäre Billy. Ich weiß, wie Betrüger arbeiten. Es gibt zwei Szenarien. Tommy hat Billy entführt und getötet. Oder er hat Billy mitgenommen, als er verschwand. Bist du meine Schwester? Ich bin vom ersten Tag an dabei gewesen. Und du bist ganz sicher, dass er es war? Alle wissen, dass er es war. Ich konnte keinen einzigen Zeugen befragen, der nicht vorher schon mit Harald gesprochen hat. Ich bin froh, dass dieser Dreckskall verschwunden ist. Er will einfach nur dein Geld, Vera. Bist du denn wirklich so naiv oder willst du es einfach nicht verstehen? Irgendetwas sagen? Was? Willst du mir irgendetwas sagen? Es tut mir leid, Vera. Billy ist tot. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. 바라, ich habe ihn gefunden. Ich bin froh, ich bin froh. Ich habe ihn gefunden.